Es geht um eine Rezeptor- und Faserart, die den Namen C-Tactile Fibers oder C-T-Fibers, C-Tactile Fibers, C-Fasern und myelinisierte C-Fasern. Alle wissen Bescheid? Nicht myelinisiert, sehr schmal, langsame Erinnerungsausbreitung, C-Fasern. Aber hier sind es mechanosensitive C-Fasern, also mechanosensitive C-Fasern, die heute in der neurowissenschaftlichen Forschung als Teil, als Herzstück der sogenannten effective touch systems angesehen werden. Okay, wir haben in der Haut Nervenendausläuter, freie Nervenendigungen. Wir sprechen jetzt von den freien, das heißt, wir sprechen dann von C- und A-Delta-Fasern. Und ich meine jetzt eine besondere Gruppe von C-Fasern. Und da haben wir gerade gesagt, dass es verschiedene Unterformen dieser C-Fasern gibt, mit jeweils verschiedenen oder mit jeweils unterschiedlichem Rezeptorbesatz. Und eine Unterkategorie dieser C-Fasern, die werden auf Englisch in der aktuellen Forschung als CT-Fibers oder C-Tactile-Fibers beschrieben. Als mechanosensitive C-Fasern. Also die reagieren auf Berührung als C-Fasern. Ja, nicht als die A-Beta-Fasern, die ja als mechanosensible Fasern eigentlich den Hauptjob machen. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass ja gerade diese A-Beta-Fasern mit den Sinneskörperchen, die sind ja vor allem sehr wichtig für das Tastempfinden. Nein, aber wir haben auch bei den C-Fasern Fasern, die auf Berührung reagieren. Das sind diese CT-Fasern als Teil des Effective-Touch-Systems, also man so möchte, ein Teil eines emotionalen Berührungssystems. Was ist das Besondere hier? Diese CT-Fibers, diese C-Fasern, von denen ich gerade spreche, die feuern am stärksten nicht, wenn man einfach berührt wird, sondern wenn man von einer bestimmten Art und Weise berührt wird. Und zwar, rein physikalisch gesprochen, der Druck sollte betragen zwischen 2,5 und 3 Millinewton, also ein leichter Druck. Und die Streichbewegung sollte maximal zehn Zentimeter pro Sekunde betragen. Also, leichter Druck und relativ langsame Bewegung, dann feuern die am stärksten. Habe ich zu viel Druck oder bewege ich sehr schnell, feuern diese Fasern sehr viel weniger stark. Also, wir haben in der Haut C-Fasern, die auf eine ganz bestimmte, nämlich, Sie ahnen es schon, diese Zahlen, die ich genannt habe, spiegeln was wieder? Das, was wir eine sanfte Streichelbewegung nennen würden. Dann feuern die am stärksten. Und jetzt nur ein kleiner Ausblick, ich will es nicht zu weit treiben, weil jetzt kommen wir jetzt schon zu weit in die Neuroanatomie, aber dass Sie ein Gefühl bekommen dafür, wie besonders diese Haut für uns ist. Nämlich diese C-Tactile Fibers, die ich gerade beschrieben habe, die durch Streicheln vor allem stark aktiviert werden. Die ziehen hoch ins Rückenmark, vom Rückenmark hoch ins Gehirn und im Gehirn ziehen Sie nicht dorthin, wo die anderen mechanosensitiven Rezeptoren, wo die ganzen anderen A-Beta-Fasern ihre Botschaft hinbringen. Nein, diese speziellen, nennen wir sie einfach mal Streichelrezeptoren, sie enden im Gehirn in der Insula. Und die Insula, das ist der Teil des Gehirns, der Teil der Großhirnrinde, wo sich unser inneres körperliches Empfinden widerspiegelt. Und in diesem Falle das körperliche, man kann sagen, neuropsychische Wohlbefinden ankommt. Das ist genau die Struktur, die wir schon kennengelernt haben bei dem Fetus und seiner Entwicklung, wenn der Sinneseinstrom kommt in der 16., 17. Woche und dann dort der Einstrom dazu führt, dass der Parasympathikus aktiviert wird, dass Oxytocin freigesetzt wird und wir ein angenehmes, beruhigendes Wohlbefinden Behagen erleben. Genau das wird auch stimuliert durch diese C-Tactile Fibers. Und es ist spannend zu sehen in der Forschung, wenn man, man kann diese, das Feuern dieser Nervenzellen kann man hörbar machen, wenn man dann ganz schnell streichelt, feuern die kaum. Macht man es aber ganz langsam und ganz sanft, feuern die wie wild. Sie reagieren auf sanfte, zarte Streichbewegung oder Streichbewegung. Und das kommt im Gehirn dort an, wo wir uns spüren, auf eine angenehme Art und Weise, wo das Hirn sozusagen sich heimisch dann angenehm fühlt, wo Botenstoffe, wie das Oxytocin dann freigesetzt werden, Vertrautheit, Sicherheit wird erlebt. Das haben wir in unserer Haut. Dieses System ist in den letzten zehn Jahren intensiv beforscht worden. Es gibt hier wundervolle Studien im Hinblick auf die vorgeburtliche Entwicklung, im Hinblick auf die frühe nachgeburtliche Entwicklung, die also zeigt, wie wichtig dieses System der körperlichen Berührung, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, wie wichtig es ist für unser Selbsterleben, unser Selbstempfinden, für unser Wohlbehagen, für die Fähigkeit uns nicht nur zu spüren, sondern uns auch zu regulieren. Weil über den Parasympathikus und das Oxytocin wird auch das System insgesamt beruhigt. Oxytocin zum Beispiel ist auch ein Stressinhibitor, also ein für unsere psychische Gesundheit unheimlich wichtiges System. Und auch das haben wir in der Haut. Ich begrüße Sie im Namen von Enzephalon. Einer unserer Aufgabenschwerpunkte liegt in der Produktion von Lehrvideos zu den Grundlagen der Medizin und der Neurowissenschaft. Unten im Text finden Sie Links zu unserer Homepage, wie auch zu unserem Kooperationspartner Lektudio, wo unsere Online-Kurse erworben werden können. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen.